die herzlich willkommen leute zu einer neuen folge auf dem server besuch mit hier ich hab hier ein gast stell dich mal vor ich hab ich hab mir den asamen tv geschnappt und dann habe ich einfach mal mit ihnen eine folge aufgenommen und welchen modus welchen modus wir spielen das wissen wir noch nicht ich kenne den server noch nicht ehrlich gesagt leute ich hab mich jetzt auch angemeldet ist ja wie im dschungel ok kann man den töten kann man den tüten konnte man den töten ach so man kann sich hier töten ja aber da ist einer mit dir hä wie hat er das dir bekommen ja komm komm wir machen ihn kalt zack komm her alex ich hab dir kompost nein du hast mich getötet nein das war ich nicht das war der mit dir wo bist du warte ich muss wieder da hinrennen warte ich bin aufgewacht auf mich warte ach du bist auch gestorben ja sie lässt mich zu tun er hat mich abgebotten komm lass uns irgendwo weit weg denn und wir wollen wohl das wollen machen oder lass uns equipen komm mal mit equipen ok denn einfach es ist illegal oh mein Gott alles abgemacht bist du hinter mir ja ich verfolg dich auf schritt und tritt was du verfolgst dich ja ist nicht gut oh hier ist die Landschaft siehst du sie wow die okay wir können uns hier wir können uns hier equippen ich brauche Holz unbedingt Holz bruch ich ja das brauche ich wo bist du Ich bin hier, ich habe Eisen gefunden. Ich denke, wir müssen jetzt halt schützen. Leute, ich werde jetzt auch öfters Server besuchen. Vielleicht auch mit verschiedenen Gästen, man weiß es noch nicht. Sollen wir ganz oft zusammen machen? Also, ich werde auch wahrscheinlich öfters mit dem Asamen-TV aufnehmen. Also, ihr könnt auch mal seinen Kanal abchecken. Er macht noch kein... Was ist da? Ich falle immer in so welche Gruben rein. Ich denke mal, hier waren Creepern oder sowas. Also, da hat sich jemand echt Mühe gegeben. Ja. LOL! Komm her! Kommst du mit? Ja. Keine Ahnung. Ich sammle erst mal ein bisschen Erde. Und klar, wieso? Aber man findet hier irgendwie... Man findet hier... Man findet hier... Man findet hier... Ich frag mich, wie er dieses verzauberte Dias-Schwert gekriegt hat. Ja, man kann oben. Ach so. Ich bin hier oben auf der Burg. Ja, okay. Ich will nicht mein Leben riskieren. Nein, ich habe auch nur eins, wenn du nicht mehr hast. Okay. Lass mal da runterspringen auf dich. Hast du mich gerade angesprungen? Okay, lass uns nicht helfen. Ja, warte kurz. Ich muss kurz einen Cut machen. Mein Akku. Das brille ich niemanden. Ah, da vorne bist du. Ich bin da vorne. Okay, lass drauf gehen. Alter, das ist ein Eisen. Ich habe irgendein... Ich kann... Ich lege beim... Ach du. Ja, übel ich... Wie kann man voten? Ich bin an der Burg halt. Nope. Ja, okay. Aber wie soll ich das anstellen, wenn hier kein Gegner ist? Ach so, beim Dschungel konnte man sich die Sachen holen. Schade. Was? Was hast du gekauft? Und Leute, es ist bald soweit. Bald kommt die 0.14 bei Minecraft.be. Ich weiß, ich bin hier irgendwo um nirgendwo. Findet ihr den einen in Eisen? Ja. Nein, schade. Wenn du bist. Oh, ne... Hm. Oh, Mann. Ich weiß nicht, wieso. Aber die Steuerung backt irgendwie ein bisschen. Mach nicht, nein. Wenn ich irgendwie mich bewegen will, dann geht es automatisch in eine andere Richtung manchmal. Oder soll ich kurz den Server verlassen und dann wieder reinkommen? Warte, ich weiß, wie ich mich töte. Ich... Ich lasse mich ertrinken. Ach so. Hast du mich gefunden? Hat mich jemand... Nee, nee. Ja, stimmt. Aber... Hast du mich? Hast du mich? Ja. Was? Ich komme. Hast du Holz gefunden? Aber ich habe irgendwie einen Bug, dass ich nicht rennen kann. Ich drücke immer doppelt, aber... Ach so, ja stimmt, mein Hunger. Ich habe gerade nicht... Aber wie... Aber das Problem... Ich brauche unbedingt was zu essen. Weil meine Hungersbalken sind leer. Und ich habe nur noch zweieinhalb Herzen. Heftig! Wo ist ein Haus? Also da muss jemand eine Spitzhacke gehabt haben. Bäume! Das sind ja Bäume! Aber das Problem ist, wie sollen die so schnell wachsen? Vor allem wir müssen den Baum dann schützen. Hey, vielleicht kriegt man Äpfel, wenn die Blätter noch so sind. Vielleicht kommt hier ein Apfel einfach so rausgespawnt. Vielleicht kriegen wir einen Apfel gedroppt. Und... 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 so leute ich hab englisch noch ich hab eigentlich weil in diesem modus findet man nicht so viel essen ja also wir sind zu spät dazu gekommen denk ich mal ich bin noch hinten gut warte ich hab auch ein eichensetzling sollten wir den lieber versteckt hinbauen so ich hab noch mehr bäume gefunden wo bist du gibt es irgend so eine einstellung damit man den tag weg machen kann ok ist viel besser ich hab ihn gerade gesehen ok wo bist du bist du das da vorne war gerade jemand dem die plätze abgebaut hat zum glück ich dachte jetzt gerade ist ein gegner Okay. Die Verbindung zum Server wurde getrennt. Ja! Die Verbindung wurde einfach getrennt. Okay, ich seh dich auch. Ich seh den Hut. Ah! Ah, hast du den Skin geändert? Welchen Skin hast du? Okay. Also Leute, wenn ihr wisst, wie man da reinkommt, dann schreibt in die Kommentare. Warte, bin ich richtig auf der Seite? Nein, falsche Seite. Ups. Sieht alles hier so gleich aus. Ich bin... Wo ist... Äh, welchen Kit? Welches Kit? Kosten die? Ja, aber die kosten. Ja, die kosten alle. Ja, die kosten alle. Warte, ich guck mal kurz, was da vorne so los ist. Warte, kann man sich hier töten? Ach du! Nein, ich bin gestorben! Nein! Hast du jemanden getötet? Bist du gestorben? Ach du! Ja, aber es backt einfach! Ja, aber bei mir backt das auf dem Bildschirm. Buggy, 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 buggy. Oh mein Gott, ich wurde rausgeworfen, wie knapp. Der Server war es irgendwie nicht so gut. Also bis jetzt finde ich Hypixel ist der beste Server. Also Hypixel, Hypixel hat mir sehr geholfen. Ich bin sehr gut gefallen. Komm! Ich will es beginnen. Buggy, 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 buggy. Mann! Leute, ich spiele jetzt nur noch diese Skyros und dann müssen wir leider die Folge beenden. Ich hoffe, ich werde nicht wieder so unfair getötet wie bei meinen letzten Skyros. War das Skyros? Ich weiß gerade nicht mehr. So, Äpfel einmal gesneakt. Ich habe einen Bogen. Bogen, Bogen, Boogie, Boogie, Boogie. Was ist besser, Leder oder Kettenrüstung? Okay. Okay Leute, wenn euch das mal gefallen hat, dann gebt einen Daumen hoch und wenn ihr mehr Videos zusammen sehen wollt, dann einfach gut bewerten und dann tschüss. Bis zum nächsten Mal.